Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich hoffe, ihr habt ein super Wochenende gehabt. Ich hoffe, ihr hattet generell einen super Tag heute. Wenn ihr neu seid, würde ich mich sehr freuen, falls ihr in Betracht ziehen könntet, zu abonnieren. Ich versuche bis Ende des Jahres auf 20.000 zu kommen. Und das ist wirklich super knapp. Die Vorhersage, die schwappt immer ein bisschen hin und her zwischen 28. ungefähr und dem 7. Januar. Also irgendwo dazwischen wird es sein. Deswegen ja, ich würde mich freuen, falls ihr es ausprobiert. Wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr es wieder löschen, was auch immer. Wir gehen heute wieder die ganzen Spiele durch. Ihr könnt mir gerne eure Spieler der Woche wieder in die Kommentare packen. Und der meistgelikte Kommentar gewinnt dann. Wie immer, AFC, NFC, jeweils ein Offensiv-Defensiv und jeweils ein Rookie. Ist mir egal, ob Offensiv-Defensiv. Ihr kennt es schon. Und ich werde heute nicht mehr durch alle Spiele durchgehen, weil wir jetzt an dem Punkt angekommen sind, wo es manche Spiele gibt, wo ich sage, die jucken halt nicht. Ob ich mir jetzt ein paar Wörter aus dem was weiß ich ziehen muss, zu Rams gegen Texans zum Beispiel. Ist relativ egal. Und keine Sorge, ich werde nach wie vor im Power-Ranking mindestens einen Satz, und in den meisten Fällen ist es ja deutlich mehr, wer mich schon kennt, zu jedem Team sagen. Weil im Power-Ranking gibt es ja auch keine Buy-Weeks und so. Da rede ich über alle 32 Teams. Also wenn ich heute nicht über euer Team rede, Rams-Taxans zum Beispiel, dann morgen im Power-Ranking. Und nein, das hat nichts damit zu tun, dass die Lions auf die Schwenhofe gekriegt haben. Also, ja. Mit meinen Tipps der Woche bin ich 9 und 6, damit insgesamt 78, 42. Leider wieder keine so richtig gute Woche gewesen. Ich muss mal langsam mit diesen Risikopicks aufhören. Auf Lions picken, auf Jaguars gegen Seahawks und sowas. Ich muss wirklich einfach mal nur die klassischen Klischee-Picks nehmen. Obwohl Lions war gar nicht so Risiko eigentlich vorher, wenn man ehrlich ist. Na egal. Auf jeden Fall ist okay. 9 und 6 ist okay. Aber ich hätte natürlich deutlich lieber deutlich mehr Tipps richtig gehabt. Sei es wie es wolle, ich habe den Lock der Woche das erste Mal falsch getippt. Mein Lock der Woche waren die Bengals. Also, danke Bengals, ihr Penner. Penner verloren gegen die Jets. Dementsprechend, wer das nicht weiß. Ich habe jede Woche einen Lock der Woche bei den Spieltipps. Wo ich quasi sage, okay, hier bin ich mir am sichersten, dass das Team gewinnt. Ich darf nicht das Spiel mit der höchsten Quote nehmen. Und letztes Mal habe ich die Bengals genommen gegen die Jets, haben verloren. Sondern Folge dessen ist, dass ich das gesamte Geld, was das Video seitdem eingenommen hat, dieses eine Video, spende an irgendeine gemeinnützige Organisation. Habe mich dieses Mal mit Fabrice beraten, wohin ich das Geld spende. Und ich habe mich für die UNO-Flüchtlingshilfe entschieden. Ihr habt jetzt einen kleinen Beleg dafür auf dem Screen, sage ich mal, dass ich das wirklich gespendet habe. Wenn ihr Lust habt, euch anzuschließen an die Spende und das Ganze vielleicht durch 10 zu teilen und 7 Euro zu spenden an die UNO-Flüchtlingshilfe, könnt ihr das gerne machen. Ich hoffe, ich denke daran, einen Link dafür in die Beschreibung ganz oben zu packen. Es sei denn, also es wird höchstwahrscheinlich nichts in den Kommentaren sein. Es sei denn, ich denke in meinem Seminar dran, das irgendwie schnell heimlich per meinem Handy reinzupacken. Also ja, ansonsten, ihr habt es in der Beschreibung und hoffentlich, vielleicht, eventuell, vermutlich nicht in den Kommentaren. Okay, erstes Spiel, über das wir reden, sind die Dolphins. Nach wie vor ohne Deshaun Watson gegen die Bills. Die Bills haben 11 zu 26 verloren. Schwere Geburt. Die Bills haben 16 Punkte von den 26 im letzten Viertel gemacht. Dolphins haben aber vor dem letzten Viertel auch nur 3 gehabt. Also es war sehr, sehr lange ein absolutes Low-Scoring-Game. Wenn du ins letzte Viertel reingehst mit einem Stand von 10 zu 3, dann ist das natürlich logisch. Selbst wenn im vierten Viertel dann nochmal ein paar mehr Punkte gefallen sind. Josh Allen war gut, würde ich sagen, aber jetzt nicht extrem krass. Tua sah gar nicht gut aus. Zugegebenermaßen auch sowieso zwei relativ starke Defenses im Spiel. Aber auf Dolphins Seite muss man halt sagen, okay, die Bills-Offense ist richtig gut. Und sie haben die sehr, sehr lange zu super wenig Punkten gehalten. Und am Ende auch 26 ist akzeptabel. Und trotzdem mit so einer Defense steht man dann 1-7. Und das ist eigentlich super, super schwer. Aber wenn man sich die Offense anguckt, ist da halt auch wirklich ein Mangel an vielen Sachen. Selbst auf Receiver, Devante Parker, Jane Waddell sind gute Receiver. Jane Waddell braucht noch ein bisschen Zeit. Der wird die nächsten Jahre sehr, sehr, sehr gut sein. Aber ist Devante Parker wirklich der Nummer 1 Receiver für die Dolphins? Ist Tua wirklich der Quarterback für die Dolphins? Braucht man vielleicht einen Running Back, der besser ist als Myles Gaskin? Muss man vielleicht an der Line was machen? Stimmt das Scheme nicht ganz? Auf jeden Fall sind da gerade zur Zeit super, super viele Fragen. Auf der anderen Seite Bills. Es war kein schönes Spiel. Aber immerhin wurde es am Ende gewonnen. Auch ja verhältnismäßig deutlich mit 15 Punkten Vorsprung. Aber die Bills können das auf jeden Fall besser. Aber das ist ja das Gute, was ich häufig schon betont habe. Wenn man die schlechten oder die dreckigen, die nicht ganz so guten Spiele trotzdem noch gewinnt, selbst wenn es gegen einen vermeintlich ziemlich schlechten Gegner ist, dann ist das ein gutes Zeichen. Und ich sag mal jetzt mit 5-2 in der Division sieht es für die Bills halt auch ziemlich gut aus, in die Playoffs zu kommen. Und dann geht es immer um einzelne Spiele. Und da müssen sie halt einen Weg finden, ein bisschen konstanter zu sein und die Spiele direkt ernst zu nehmen. Nächstes Spiel, über das wir reden, sind die 49ers, die 33 zu 22 gewonnen haben gegen die Chicago Bears. Jimmy Garoppolo hatte einen effektiven Tag, auch wenn er jetzt nicht abnormal krank war, sag ich mal, keinen Touchdown gemacht am Ende, beziehungsweise keinen Passing-Touchdown gemacht, halt die Rushing-Touchdowns jeweils, aber gut. Elijah Mitchell war stark auf dem Boden. Auf der anderen Seite Justin Fields sah gut aus. Justin Fields sah richtig gut aus. Mehr als 100 yards auf dem Boden, 175 durch die Luft. Ja, der eine Pick, aber mein Gott. Aber da waren ein paar Rushes bei, wo man wirklich sagt, wie konnte der so tief fallen? Wie konnte der irgendwie zu den Bears kommen? Das ist mir nach wie vor ein Rätsel. Aber Überraschung, wenn man den Quarterback ins Rushing-Game mit reinnimmt, gerade wenn er so ein mobiler Typ ist. Wenn du viele Bootlegs spielst und sowas, Huch auf einmal macht es einfacher für den Quarterback das ganze Spiel zu spielen, wenn er nur ein halbes Feld lesen kann und eine Laufoption hat. Wow! Also wirklich, dass es so lange dauert hat, bis es auch nur halbwegs ins Spiel genommen wurde, ist halt wirklich echt schlecht. Und man hat gesehen, wie es funktionieren kann. Man hat auf der anderen Seite auch gesehen, dass San Francisco echt noch ein gutes Team ist, auch wenn die jetzt 3-4 stehen. Und die Saison vermutlich sehr, sehr schwer wird, noch irgendwas zu machen. Auch da habe ich so ein bisschen noch vermutet, dass Jimmy Garoppolo gedealt wird an der Trade-Deadline. Aber die Frage ist auch da, wohin? Vielleicht Saints oder so, aber keine Ahnung. Bears müssen definitiv noch viel machen. Und ich weiß nicht, ob sie dafür genug Assets haben, um wirklich in der Offseason jetzt was zu machen. Also Geldpicks, was auch immer. Beziehungsweise den First-Round-Pick haben sie ja zum Beispiel schon nicht mehr, als bei den Giants. Und Matt Nagy muss weg. Das wird nichts mehr. Ja, je länger er da bleibt, umso dümmer wird das letztendlich. Jetzt raus, dann wissen alle schon, okay, wir haben einen neuen Head Coach nächstes Jahr und so. Dann kann man sich jetzt auch schon vorsichtig auf die Suche begeben, sag ich mal, kann sein Komitee dafür vornehmen und was weiß ich. Also ja, das wird nichts mehr mit Matt Nagy. Turnover 1 zu 0 auf Bears Seite. Also da ist nicht wirklich, wirklich viel passiert. Third-Down-Conversion war auf beiden Seiten auch ungefähr gleich. War bei den Bears sogar teilweise ein bisschen besser. Aber ja, ich würde sagen, Red Zone hat den Fondainers definitiv den Hintern gerettet in dem Spiel. Nächstes Spiel ist Steelers gewinnen 15 zu 10 gegen die Browns. Und das war tatsächlich ein gutes 15 zu 10. Halbwegs zumindest. Weil es ja immer solche und solche Spiele gibt. Es gibt Low-Scoring-Games, wo dann immer gesagt wird, oh, manche Leute mögen Low-Scoring-Games und andere Leute mögen das nicht. Ist halt immer die Frage, weil ich mich prinzipiell eher zu den Leuten zählen würde, die Low-Scoring-Games mögen. Aber warum ist es ein Low-Scoring-Games? Wenn du jetzt zwei absolute Trash-Offenses gegeneinander hast, die einfach nichts zustande kriegen, dann ist es halt kein gutes Low-Scoring-Games. Wenn du auf der anderen Seite zwei sehr gute Defenses hast, die das Ganze stark regeln, dann ist es ein gutes Low-Scoring-Games meiner Meinung nach. Manchmal ein bisschen schwer, das Ganze auseinanderzuhalten. Manchmal treffen die beiden Szenarien halt auch aufeinander. Aber ich sage mal, solange ich gute Defense sehe, bin ich zufrieden mit einem Low-Scoring-Games. Und das war in dem Spiel definitiv der Fall. Auf beiden Seiten gerade die Line war sehr stark. Aber die Browns sind halt das Team, was meiner Meinung nach am krassesten underperformt, wenn man sich Roster mit Record vergleicht. Und es war vermutlich das schlechteste Jarvis Landry-Spiel, was ich je gesehen habe von Jarvis Landry. Der hat den Fumble gehabt von den Browns. Der hat mindestens zwei dicke Drops gehabt. Insgesamt vermutlich noch mehr Drops. Wo dann die Frage ist, zählt man das wirklich als Drop? Oder zählt das nicht als Drop, sondern als Pass-Defendant? Was auch immer. Aber da waren mehr als zwei potenzielle Catches bei, die er meiner Meinung nach hätte machen müssen. Third-Down-Efficiency auf beiden Seiten nicht geil gewesen. 4 von 13 und 3 von 10. Fourth-Down-Efficiency 2 von 4 bei den Steelers, 0 von 2 bei den Browns. Also wenn man drittes und viertes zusammenrechnet, sind die Steelers 6 von 17. Und die Browns sind 3 von 12. Und 3 von 12 ist halt echt nicht geil. Aber wie gesagt, da war gute Defense auf beiden Seiten. Najee Harris macht sich erwartet gut. Der kommt direkt rein und hat direkt eine starke Karriere, sage ich mal. Auch wenn die Averages nie wirklich geil aussehen. Und ihr wisst, ich bin ja sowieso einer der größten, was ist das Gegenteil von Befürworter? Begegenworter. Was auch immer. Von Stats und vor allem mit Stats zu argumentieren, einfach blind. So könnte man ihn sich angucken, der 3,5 Average bei 26 Carries, da muss er mehr mitmachen. Aber wenn man sich dann das Play anguckt oder das Spiel anguckt, dann weiß man auch, warum der nur 3,5 hat. Weil der so oft den Ball kriegt. Und wie gesagt, ich als Lions-Fan, ich kenne das so. Die letzten Jahre war das ganz schlimm. Dieses Jahr geht es. Und generell seit wir Ragnar haben geht es. Aber in Amir Abdullah-Zeiten zum Beispiel war das ganz fatal. Da haben die einfach den Ball gekriegt. Und das ist jetzt ein bisschen das mit Najee Harris. Die kriegen den Ball, gucken hoch und sehen, oh, da sind ja drei Gegenspieler schon vor mir. Einer steht links, einer steht vorne, Einer steht rechts. Was machen die jetzt? So, Najee Harris kriegt es dann halt noch hin, einen von denen umzurennen für vielleicht 2, 3 Harts oder irgendwie nach hinten zu springen mit einem Jumpcut und außen rum zu gehen. Also ganz verrückt. Najee Harris spielt sehr, sehr gut. Anderes Gegenbeispiel für Stats ist, wir werden nicht über das Spiel reden, aber dass Jared Goff relativ gute Stats hat, sage ich mal, wenn man sich nur das Rating anguckt und so weiter. Dieses ganze Jahr schon und häufig in Spielen. Aber da können wir morgen vielleicht ein bisschen mehr drüber reden im Power-Ranking insgesamt. Browns wirklich definitiv underperformen. Baker, mich hat gefreut, dass er gespielt hat. Hatte kein krankes Spiel, aber er hat in seinem Rahmen definitiv gut agiert. Aber ja, wichtiger Sieg für die Steelers, die ein super schweres Restprogramm haben, abgesehen von den Lions übernächste Woche. So, Titans gewinnen 34-31 gegen die Colts in Overtime, verlieren dabei aber Derrick Henry. Derrick Henry hatte kein gutes Spiel, wurde auf unter 2,5 pro Lauf gehalten, was hauptsächlich Buckner und natürlich Darius Leonard zuzuschreiben ist. Darius Leonard hat ein ganz krankes Spiel gehabt, aber du hast halt auf beiden Seiten Quarterback mit 3,2. Drei Touchdowns, zwei Turnovers, oder beziehungsweise zwei Interceptions. Dazu hat Carson Wentz noch einen Fumble gehabt, der allerdings recovered wurde. Ich glaube, von Jonathan Taylor oder so kann es sein. Ja, also auf jeden Fall Carson Wentz, kein gutes Spiel gehabt. hat zwar verhältnismäßig ordentliche Yards mit 230, aber die beiden Turnover oder die beiden Interceptions waren halt wieder so Sachen. Generell, der hat mehrere in dem Spiel gehabt. Der hat noch mehrere gehabt, die hätten interceptet werden können. Ich glaube sogar eine, die dann durch Flagge zurückgerufen wurde, oder war das ein anderes Spiel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, man kann nicht Carson Wentz gucken und mir versuchen zu erzählen, dass er kein James-Winston-Syndrom hat. Der Typ wird regelmäßig gesackt, ist schon am Schräg nach hinten fallen und guckt dann auch, wo kann ich noch hinwerfen? Und wenn ich das schon sehe, wie der gesackt wird und seinen Arm hier hat, dann denke ich, Junge, lass das doch. Na, egal, keine Ahnung. Gerade wenn die Defense theoretisch so gut performt wie in dem Spiel. AJ Brown hat ein paar Big Plays gehabt oder beziehungsweise den einen, ich glaube 57, 58 Jahr Touchdown. Insgesamt viele Catches, viele Yards. Derrick Henry war nicht drin. Auf der anderen Seite Jonathan Taylor war drin. Das ist ein Spiel, was die Codes meiner Meinung nach hätten gewinnen sollen. In wichtigen Situationen ein bisschen zu passiv gewesen. Mir gefällt nicht, was Carson Wentz in dem Spiel gemacht hat. Ich denke auch nicht, dass du mit dem Team, mit Jonathan Taylor, generell Jonathan Taylor unter 20 Mal den Ball tragen lassen solltest und gleichzeitig Carson Wentz über 50 Mal werfen lassen solltest. Gerade wenn du überlegst, dass sie 14-0 geführt haben und dann im zweiten Viertel schon eingecrasht sind. Also, ja, keine Ahnung. Das war absolut kein guter Gameplan von den Codes, meiner Meinung nach. Beziehungsweise von Gameplan kann man da nicht wirklich reden. Die sind früh in Führung gegangen. Wie gesagt, die waren 14-0 vorne relativ schnell, dank Turnover. Und dann danach einfach viel zu passiv und gleichzeitig zu wenig gelaufen. Ich verstehe nicht, wie man das beides unter einen Hut kriegt. Aber ja, vermutlich war es am Ende das eine Turnover mehr bei den Codes als bei den Titans. Jetzt sind die Titans 6-2 und die Codes sind 3-5. Das heißt, die Division scheint schon gelaufen zu sein. Und ich glaube, da wird auch die Verletzung von Derrick Henry nicht wirklich große Auswirkungen drauf haben. Jetzt ist dann quasi die Frage, kriegen sie ihn zu den Playoffs wieder oder nicht. Aber ja, Codes 3-5 und verdient 3-5. Bengals, Jets, was zum Teufel ist hier passiert? Wir haben die Bengals mit Joe Burrow, der ist 3-1. Hat eigentlich ein starkes Spiel gemacht, würde ich sagen. Die Interception war unnötig, aber gut. Dann noch dazu das eine Trickplay von Tyler Boyd. Also die haben am Ende über 300 Passing Yards, beziehungsweise weniger, wenn du dann die Sacks wieder abziehst. Aber gut. Auf der anderen Seite, Mike White hat halt ein richtig starkes Spiel gehabt. Für einen Quarterback in seinem ersten Start, da hatte nur Cam Newton jemals mehr Passing Yards, was crazy ist. Aber ihr denkt halt auch dran, Mike White ist jetzt nicht irgendwie Rookie oder so. Und ich habe schon Leute gesehen, die gesagt haben, oh, Zach Wilson jetzt in Gefahr. Ich denke nicht. Mike White hat ein gutes Spiel gemacht, trotz der 2 Interceptions, sage ich mal. Aber es ist trotzdem nicht so, dass ich mir da jetzt Gedanken machen würde, wenn ich Zach Wilson wäre. So. Wir haben Michael Carter, der ein sehr starkes Spiel gehabt hat. Also Running Back Michael Carter, Cornerback Michael Carter, hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. insgesamt auf der anderen Seite das Rushing Game gut im Griff gehabt von Joe Mixon. Ein Touchdown von den Jets wurde sogar noch zurückgecallt, glaube ich, oder overturned, dieser One-Hander von Cole, wo ich nicht ganz verstanden habe, warum. Weil da meiner Meinung nach nicht genug war, um es zurückzunehmen. Aber dafür muss man auch sagen, dass ganz am Ende dann, als die Jets nochmal ein neues First Down und so gebraucht haben, um das Spiel auf Eis zu packen, da gab es einen super fragwürdigen Helmet-to-Helmet-Call. Das war meiner Meinung nach absolut keiner. Aber das ist so eine Sache, ja, da kann man sich drüber aufregen als Bengals-Fan. Aber wenn man theoretisch das so viel bessere Team hat, wenn man gerade mit absolut Momentum reinkommt, wenn man die Ravens weggeklatscht hat, 5-2 reinkommt gegen die 1-5 Jets, dann kannst du am Ende dich nicht über so einen Call aufregen und sagen, deswegen haben wir verloren. So, das Spiel hätte man vorher klar machen müssen. Ja, es ist super ärgerlich, aber dafür war die Offense größtenteils einfach nicht gut genug, hat sich zu oft stoppen lassen. Die Defense hat sich schlagen lassen von Mike White. Das war einfach ein Spiel, was sie nicht ernst genommen haben. Das hat man gemerkt. Das war ein Trap-Game, sind voll reingefallen. Und die Jets sind halt auf zu vielen Positionen zu stabil, um sowas mit sich machen zu lassen. Das kann man mit anderen Teams machen. Ich würde sagen, das kann man mit den Texans machen, solange da Tyra Taylor noch nicht ist. Das kann man mit den Lions machen. Eventuell kann man das mit den Jaguars machen, aber mit den Texans geht das einfach nicht zur Zeit. Deswegen auch am Ende, trotz des komischen Calls, verdient verloren. Ja, und ich bin 70 Euro ärmer. So, Patriots gewinnen 27-24 gegen die Chargers und die Chargers sind das zweite Team, über das wir heute reden, was absolut unter dem Potenzial spielt, sage ich mal. Die sind 4-3, die könnten ganz entspannt 6-1 sein, meiner Meinung nach. Und die Patriots, die werden nie wirklich schlecht sein, solange Bill Belichick da noch ist. Das kann ich euch versprechen. Die werden nie ein Team sein, wo du einfach so hingehst und sagst, ah komm, die sind nicht so gut, die hauen wir weg. Gibt's nicht. Justin Herbert, kein gutes Spiel gehabt, zwei Touchdowns, aber auch zwei Pigs geworfen. Mac Jones auf der anderen Seite 0-0, kein Touchdown, kein Pick. Damien Harris war stabil, Brandon Bolton war stabil, das Russian Game generell bei den Patriots war stabil. Das auf der anderen Seite, das Russian Game von den Chargers, ist schwer einzuschätzen. Und am Ende haben die halt ein 8,2er Average, wird aber halt sehr hoch gezogen von dem 28-Jahr-Lauf von Eckler und natürlich von dem 75-Jahr-Lauf von Justin Jackson. Wenn man die beiden wegnimmt, dann ist es halt wieder nur so ein durchschnittliches Russian Game und das reicht dann am Ende nicht, gerade wenn Justin Herbert halt noch die beiden Pigs wirft, beziehungsweise insgesamt, wenn du dann die Turnover drin hast und ein Turnover mehr hast als die Patriots auf der anderen Seite. Und ja, die Patriots Offensive haben das Ganze geschickt gemacht, haben die Mittel und Wege gefunden, wie die Patriots Offensive immer findet, über einfach kluge Schemen und so weiter, haben fast die Hälfte der Third Downs konvertet und hatten generell fast 20 Third Downs, also sehr, sehr langsam übers Feld, immer strategisch. Und es hat funktioniert, Gameplan ist aufgegangen und die Chargers müssen theoretisch deutlich besser spielen. Das sind Spiele, die die Chargers definitiv gewinnen müssen mit dem Talent. Das kann einfach nicht sein. Und ja, das ist verschwendetes Talent. Rookie Head Coach, dem kann man das nochmal nachsehen, sage ich mal, aber auch da muss man halt auf die Playoffs gucken. Und die Raiders haben definitiv momentan jetzt die Möglichkeit, mit der Division wegzurennen. So, letztes Spiel, über das wir reden. Buccaneers verlieren 27 zu 36 gegen die New Orleans Saints. Der Pick 6 da ganz zum Schluss hat es natürlich nochmal einen Ticken deutlicher aussehen lassen, als es eigentlich war, weil es die ganze Zeit irgendwie ein One-Score-Game war. Es war super spannend. Die Buccaneers sind wieder super wenig gelaufen, insgesamt nur 14 Attempts, was zu wenig ist, meiner Meinung nach. Aber hey, theoretisch klappt. Auf der anderen Seite haben sie aber defensiv echt nicht so gut ausgesehen, wie man das vielleicht erwartet hätte. Jameis Winston sah super aus, bevor er sich dann verletzt hat, super unglücklich. Devin White hat ihn da so halb Gehorse-Colored, aber eigentlich nicht wirklich. Und Jameis Winston hat ein Kreuzband gerissen und Innenband, das heißt, er ist raus für den Rest der Saison. Super ärgerlich, der hat ein starkes Jahr gehabt bisher. Trevor Simeon kam dann rein und der war deutlich stabiler, als ich gedacht hätte. Also, er war jetzt nicht atemberaubend, sage ich mal, aber er war gut genug, um das Spiel letztendlich zu gewinnen. So, oder zumindest nicht zu verlieren, was vermutlich wichtiger war. Die Saints-Defense hat mir sehr gut gefallen, auch mal abgesehen vom Pick da jetzt in letzter Sekunde. Insgesamt, der Pass-Rush war gut, dreimal Brady gesackt, was schwer ist, weil der normalerweise super schnell den Ball wegwirft und sowas. Ja, ich glaube, einer oder sogar zwei davon ganz zum Schluss, als man quasi wusste, dass sie passen müssen, aber auch das muss man erstmal hinkriegen. Und man muss immer noch dran denken bei den Saints, die haben nicht wirklich Waffenoffensiv, da fehlen noch Leute. Wenn da auf einmal Michael Thomas wiederkommt, sieht das nochmal ganz anders aus. Alvin Kamara war nicht wirklich drin in dem Spiel, hat zwar da seinen einen Rushing-Touchdown, aber am Ende ist er deutlich, deutlich unter vier pro Carry, ist nur knapp über drei sogar. Mark Ingram hat noch nicht so viele Snaps gekriegt, aber ist ganz gut reingekommen wieder in seinem ersten Spiel, der könnte wichtig sein in Zukunft. Aber ich glaube, wir haben alle gedacht, als Brady den Ball gekriegt hat, da zum Schluss haben wir gesagt, oh ja, klassisch Brady. Ich habe sogar, und da muss ich mir selbst mal kurz ein bisschen Credit geben, ich habe sogar versucht, Brady zu jinxen, indem ich Fabrice geschrieben habe, oh alter Brady wird aber auch immer, er kriegt immer das beste Setup in den besten Positionen, von wegen, der hat noch einen Timeout und fast zwei Minuten, um da das Comeback zu kriegen und da reicht er ja einen Field Goar sogar. Und als ich das geschrieben habe, hat er den Pick 6 geworfen. Deswegen habe ich Brady erfolgreich verjinxt, sage ich mal. Aber ja, die Third-Down-Conversion sogar deutlich auf Seiten der Buccaneers, das 8 von 13, auf der anderen Seite 5 von 14, nur bei den Saints. Aber natürlich, wie so oft, Turnover, der Unterschied. Und wenn Brady halt die zwei Turnover hat, beziehungsweise dann noch den Fumble, also letztendlich drei Turnover sogar, ja, dann verliert man das Spiel am Ende. Und gerade das letzte Turnover, das war dann der Pick 6, das war einfach, das war jetzt nicht mal so, dass man sagt, oh ein getippter Ball oder oh das muss Brady machen oder einfach ein Risikowurf. Das war einfach blind. Da hat er den Spieler dahinter nicht gesehen. So er hat quasi geguckt, okay, wir haben ein 1-1-Duell, erklärt ihn und der Spieler zieht vor und der denkt sich, oh geil, werfe ich den? Von oben Defender. Das ist so ein Ding, das macht normalerweise junge Quarterbacks, machen den Fehler, weil die sich zu sehr auf einen Gegenspieler beschränken und sagen, okay, wenn der geklärt ist, dann habe ich mein Duell gewonnen, wurf und sehen den anderen nicht, der dahinter kommt. Und das war ein glasklarer Fehler. Das sind so Sachen, die Brady normalerweise eigentlich nicht macht. Sehr, sehr starker Sieg für die Saints, auch wenn es natürlich echt weh tut, dass Jameis Winston sich dabei verletzt hat. Alles klar, das war es mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und dann sehen wir uns vielleicht morgen im Power Ranking oder so. Ich hoffe auf jeden Fall, wir sehen uns alle. Bis dann. Ciao. Ciao.